Die Listen stehen fest. Die Jury für das Kinderspiel des Jahres zusammen mit ihrem Beirat hat sieben Spiele ausgewählt, die zusammen die Longlist des Kinderspiel des Jahres 2022 stellen. Die Longlist besteht aus der Empfehlungsliste und den nominierten Titeln. Diese vier Spiele haben es auf die Empfehlungsliste geschafft. Summ, 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 Bienchen, Summherum. Bei Honey wollen die Spieler Nektar sammeln. Ein Würfel gibt vor, wie viele Felder die Sammelbiene vorgeht. Alle Blüten in der Reihe der Biene erhalten nun einen Nektar. Der zweite Würfel gibt an, welche Blütenfarbe man nun leeren darf. Man hat freie Auswahl und sollte sich also gemerkt haben, wo der meiste Nektar zu finden ist. Der Spieler, der als erstes sein Tableau gefüllt hat, gewinnt. Die Wille der Vampire ist ein Geschicklichkeitsspiel, bei dem man Knoblauch mithilfe der Fledermäuse zu schlafenden Vampiren buxieren muss. Der Würfel bestimmt dabei, welches Symbol angesteuert werden soll. Bei den schlafenden Vampiren sind allerdings auch einige Nieten dabei. Zu Beginn der Runde hat man alle Plättchen offen gesehen. Es gilt also schnell und geschickt zu sein und gleichzeitig sich gut zu merken, wo die Vampire liegen. Zu Beginn von Fröschis hat jeder eine Reihe aus acht verdeckten Karten. Man ist abwechselnd am Zug. Ist man dran, so nimmt man eine Karte vom Nachzieh- oder Ablagestapel. Diese Karte sortiert man dann in der passenden Position der eigenen Reihe ein und ersetzt die dort liegende Karte. Diese Karte kann ebenfalls einsortiert werden. Dies geht so lange, bis man entweder eine Müllkarte zieht oder der entsprechende Slot bereits belegt ist. Fröschis sind Jokern, können überall einsortiert und auch später wieder ausgetauscht werden. Wer als erstes seine Reihe fertig hat, gewinnt den Durchgang. Er darf im nächsten mit einer Karte weniger starten. Hat man dadurch seine Kartenreihe komplett aufgelöst, gewinnt man. GoldenEye ist ein kooperatives Laufspiel. Die drei Hasen flüchten vor dem Fuchs. Der Würfel bestimmt, welches Häschen sich nun bewegt. Danach wird die nächste oder vorherige freie Karte, von diesem Hasen aus gesehen, umgedreht. Zeigt sie farbige Eier, so bewegt sich nun der Hase der entsprechenden Farbe und es wird wieder eine Karte gedreht. Sobald Fußspuren aufgedeckt werden, endet der Zug und der Fuchs bewegt sich. Sobald der Fuchs nur einen Hasen schnappt, haben die Spieler sofort verloren. Wenn ein Hase das goldene Gasthaus erreicht, schlägt der Alarm und die Spieler haben zusammen gewonnen. Weitere drei Titel sind nominiert worden und haben damit noch die Chance, zum Kinderspiel des Jahres 2022 gewählt zu werden. Auch schon clever ist ein Roll&Ride-Spiel für Kinder. Jeder Spieler hat einen eigenen Bogen zum Abkreuzen. Auf jedem gibt es fünf Gebiete. Dazu gibt es fünf Würfel, die jeweils eine Seite haben, die für eines der Gebiete steht und einen Joker. Ist man aktiver Spieler, so würfelt man alle Würfel und sucht sich ein Gebiet aus, für das man nun alle Würfel nutzt, die dieses Gebiet zeigen. Die Mitspieler dürfen sich aus den restlichen Würfeln ebenfalls ein Gebiet aussuchen. Die Gebiete haben unterschiedliche Ankreuzregeln. Kreuzt man ein Feld mit farbigen Kreis an, so darf man im Gebiet der Farbe des Kreises ebenfalls ein Kreuz setzen. Am Ende des Spiels gewinnt der Spieler, der mehr Regenbogensterne erreicht hat. Mit Quarks und Co. nach Quedlinburg ist ein Wettrennen, bei dem man versucht, mit seinem Tier als erstes nach Quedlinburg zu kommen. Jeder Spieler hat einen Beutel mit Plättchen. Ist man dran, so zieht man eines. Ist es ein Futterplättchen, so zieht man entsprechend der Zahl seinen Tierfelder vorwärts. Außerdem gibt es entsprechend der Futtersorte eine Sonderfunktion, die man nun nutzen kann. Zieht man ein Traumkraut, so bewegt sich das Tier nicht. Beim dritten Traumkraut darf man sich für Rubine neue Chips kaufen und alle eigenen Chips kommen zurück in den Beutel. Um für Abwechslung zu sorgen, kann man von Partie zu Partie die Sonderfunktion variieren oder ein fortgeschrittenes Spiel mit mehr Chipsorten starten. Zauberberg ist ein kooperatives Spiel, bei dem die Zauberlehrlinge vor den Hexen den Fuß des Berges erreichen wollen. Aus einem Beutel wird eine Murmel gezogen. Die Spieler dürfen nun gemeinsam überlegen, in welchen Slot diese Murmel geworfen wird. Wenn die Murmel von einer Spielfigur aufgehalten wird, so wird diese Figur nun entlang des Weges auf das nächste freie Feld der Murmelfarbe gestellt. Es ist durchaus möglich, dass eine Murmel auf dem Weg nach unten von verschiedenen Figuren oder von derselben Figur mehrfach aufgehalten wird. Gibt es kein Feld mehr in der Farbe, erreicht die Figur den Fuß des Berges. Sobald die Spieler die geforderte Zahl Zauberlehrlinge zum Fuß gebracht haben, gewinnen sie. Die finale Entscheidung darüber, welches Spiel Kinderspiel des Jahres 2022 werden wird, fällt die Jury Mitte Juni, und zwar am 20. Juni um 10.30 Uhr in Hamburg. Wir wünschen allen Nominierten viel Glück!